...eingesetzt hast. Hilfe, Hilfe, hilf mir, hilf mir. Ich weiß, fand ich auch sehr gut. Ah, ich bin tot, rette mich. Oh, Junge, jetzt fehlt er mal gut. Ja, ich wollte einen dir holen. Ja, der ist tot. Hast du ihn? Okay, gut. Ja, der ist tot. Oh Mann, ey. Das war aber ganz aufregend. Was machen wir denn jetzt, Senpai? Ich habe das Gefühl, das ist nicht... Alter, ich habe mehr Glück als verstanden. Was war das denn für eine Nummer? Und ich habe direkt zwei Saltos gemacht. Das war echt so riskant. Aber egal, ich habe es geschafft. Junge, ich fahre jetzt einfach nur noch ins Ziel. Mein Controller ist ausgegangen. Meine Batterien sind leer. Ach, komm. Ach, komm. War das Karma? Nichts losgelassen. Jawohl. Ich liebe das, wenn er da vorne auf die Fresse fällt. Riskieren sollte. Oh ja. Oha. Jawohl. Oh, let's go. Das... Aua. Hat sich mega gelohnt. Alle. Hopp. Hopp. Dieser Sound. Dieses plonk, plonk, plonk. Das ist das Einzige, was zählt. Denn... Jo, alles klar. Jo, ho, ho. Oh, ho. Jetzt hängt er da. Ach, komm, Alter. Ich dachte, ich könnte mich da irgendwo reinschmuggeln. Heute zum ersten Mal seit Jahren mit Bienenzombay. Moin. Oh. Was denn jetzt passiert? Nein. Ja. Ja, bewertet den Park. Ich muss schauen, dass er verlinkt. Und auch komm mit uns. Tschüss. Haha. Hilfe. Hilfe. Ich werde sterben. Ich bin zu langsam. Bitte nicht. Bitte. Vier Herzen noch. Vier Herzen. Jetzt einmal Kamikaze rüber. Hey, wir haben kein Bett. Was für Kamikaze? Wir haben kein Bett. Ja, ich töte ja. Nein, nein, komm bitte zurück. Komm nach Hause, Mami. Geht's doch gut, Mami. Nein, ich rette dich. Hier, warte. Hier, nimm, 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 nimm. Ich weiß, Heilungspool halte ich auch. Aber ich will, dass es dir gut geht. Jetzt bitte. Jetzt werden die noch von Blau umgebracht. Ja, wie schön. Alle sind auf unserer Seite. Ist da? Ja, sie haben das Bett. Okay, ich bin zufrieden. Ich glaube, ich kann stolz von mir behaupten, dass ich vom Freedom Squad am meisten Folgen davon geguckt habe bei dir. Echt? Ja. Ja, aber das liegt auch daran, dass Palette einfach gar nichts guckt. Ich denke, sie war auch da, du guckt was von dir. Ja. Und da ist ein riesen Fan. Die Illusion besteht. Mit euch. Der hängt vor unserer Base ab, aber ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ghostest du gerade? Nein, ich gucke, sag dir nur, wo die Gegner sind. Ach so. Na dann. Ah ja, ich sehe ihn. Rechts von dir. Hä? So. Oh, die Kombo, die Kombo. Und er hat sich selber noch umgebracht. Was war das denn für eine Wombo-Kombo? So, das ist ein riesiger Fehler, aber ich mache es trotzdem. Ist mir egal. Yolo, swag, swag, swag. Du bist da. Ah. Sie wollen es einbauen. Lol. Hinter dir ist auch einer. Ich weiß, ich bin tot. Das war es. Die haben auch echt gute Sachen. Ich kann es vergessen. Lieg sie weiter runter. Lieg sie weiter runter. Will ich, 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 will ich. Hä? Ja. Wie kann man denn so gut spielen? Ich habe einfach noch... Ich habe es einfach noch rausgeholt. Ich bin Papi. Einfach noch rausgeholt. Den Tee gedroppt. Zack. Und er fliegt volle Lutsche weg. Und Sommer denkt sich, dich bring ich um, du miese Schwein. Und dein Bett auch. Pass auf, jetzt komme ich. Mobbing Kreis. Tot. Untertitelung. BR 2018